Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer kleinen Ankündigung und zwar gibt es von Skinbaron Ganz frisch, praktisch frisch gepresst Ein Messer gepresst, die werden ja geschmiedet, ne? Was glaube ich? Ein Bowie Knife Fate in unseren Livestreams, ganz dick oben drauf gebollert Das Knife wird neben den Giveaways, die wir immer in den Streams schon haben, als Geschenk mit rausgehen, sobald wir eine gewisse Sub-Anzahl erreicht haben, ich glaube 250 Das geht dann einfach random an irgendein Unterstützer raus, um nochmals Danke zu sagen Ihr seid dann einfach krass, ne? Wenn man das überlegt, wir haben Leute, die haben bald drei Jahre Subscription am Laufen oder sind drei Jahre schon geknackt, ich glaube noch nicht Aber kurz davor, absolut insane Da muss man einfach nochmal was oben drauf packen, ne? Bis jetzt das größte geschenkte Knife, das wir jemals in den Streams rausgehauen haben Das letzte Giveaway Knife war glaube ich bei 200 Dollar gestanden oder sowas Das Geschenk hier steht jetzt bei 347 Dollar Das ist glaube ich so das Größte, was wir jemals rausgekloppt haben Letztens, als wir die fette Sub-Welle hatten, da haben wir auch einfach Handschuhe, also da habe ich einfach Handschuhe rausgekloppt Und ja, das ist jetzt so das neue, nächste Teil Wer mit dabei sein will, kommt einfach in die Streams, schaut, ob euch die Streams gefallen und dann könnt ihr ja gucken, ob er länger da bleibt oder eben nicht Wir streamen dreimal die Woche fest, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr Heute Dienstag, 18 Uhr, also gleich Livestream Und jeden Freitag ab 22 Uhr Das sind die festen drei Streams, die gehen im Moment immer so vier bis sechs Stunden Also Dienstag, Donnerstag von 18 Uhr meist bis 22 Uhr Und der Freitag-Stream geht halt bis, ja, Samstagmorgen zum vier oder sowas In diesen Streams gibt es immer Viewer Games, da spielen wir gemeinsam Counter-Strike, GTA, Pummelparty, was weiß ich Ist immer irgendwas anderes, ja, wir rotieren über die Jahre, über alle Spiele drüber Haben schon so viele Spiele gemacht Und in jedem dieser Streams gibt es auch immer Giveaways Also dreimal die Woche sind da schon feste Giveaways mit eingeplant Und, äh, ja Wenn ich random streame, dann ist es oft so, dass ich halt nichts vorbereitet habe, ne Wenn ich Montagnachts schnell den Stream noch anmachen will, um eine Runde irgendwie Counter-Strike zu spielen Oder halt, was weiß ich Solitär, dann habe ich da meist kein Giveaway vorbereitet Aber diese drei festen Streams, immer Giveaways Immer Viewer Games, bumm, bumm Das Teil ist wirklich schön, ich zeige euch mal eben auch hier die Where Ich habe genau davor, gell Das ist die Where Das ist echt hübsch, ich drehe sie nochmal für euch Kann man sich echt nicht beschweren, ne FN, also, hat man ja schon an der Where gesehen Ähm, ja Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns, äh, am Übermorgen wieder Ich habe eigentlich schon für heute ein Video fertig gehabt Aber das hätte jetzt zu lange gedauert zu rendern Deswegen werde ich es am Donnerstag dann hochladen Äh, weil ich in dem Video gesagt habe, wir sehen uns gleich im Stream Wenn ich es morgen hochladen, denken sie alle, hä? Das ist ein Stream Leute, vielen Dank für alles Richtig, richtig, richtig krasse Geschichte, was ihr da treibt in den Streams Das ist wirklich abnormal Also alleine, wenn man sich die verschenkten Subs anschaut Wie viele schon verschenkt wurden Das ist echt Letztens haben wir festgestellt, dass Alleine die Top 5, glaube ich Nur die Top 5 Sub-Verschenker Haben 999 Subs verschenkt Nur die Top 5 Es ist also wirklich insane Die Community gönnt Und darum wird ja auch fett gegönnt Ich habe euch ja gesagt Je größer wir werden Äh, desto bessere Giveaways kann man machen Wenn es bei uns gut läuft Dann läuft es eben auch bei den Partnerschaften gut Also schön weiterpressen Vielen Dank für alles Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream Mach's noch, geht's los Äh, ja bis gleich, ne Und dann alleine See you See you Bye Money Bye